Hallo zusammen, heute habe ich mal einen anderen Interviewpartner, heute habe ich mir mal den Peter Schäfer geschnappt. Peter, kommen wir noch zu dem Spiel von Sonntag zu sprechen. Da konnten wir ja den ersten Auswärts-Drei einfangen. Bist du denn froh darüber, dass wir jetzt endlich den ersten Auswärts-Sieg einfahren konnten? Ja, grundsätzlich freuen wir uns über den Sieg. Ob das jetzt auswärts oder zu Hause ist, ist eigentlich vollkommen egal. Habe ich auch vor dem Spiel schon gesagt, so eine Auswärts-Schwäche hat man nur, wenn man sich die selber einredet. Wir sind froh, dass wir das Spiel gewonnen haben und das gilt auswärts genauso wie zu Hause. In der Woche konnte ja aufgrund der Feiertage jetzt noch einmal trainiert werden. Haben die Jungs sehr gut mitgezogen jetzt in der Trainingseinheit? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben uns auch ein halbes Stündchen eher getroffen, um ein bisschen mehr von der Trainingseinheit zu haben. Die Jungs haben super mitgezogen, war eine gute Einheit und wir hoffen, dass wir gut vorbereitet sind auf das Spiel gegen Werden. Ja, du hast das Spiel am Sonntag schon angesprochen, gegen Werden-Heidhausen. Auf unserer Homepage wurde geschrieben, dass es der Ferrari mit angezogener Handbremse momentan ist. Wie siehst du denn die Mannschaft von Werden-Heidhausen? Ja, ich glaube, er ist auf jeden Fall ein Aufstiegskandidat. Also wir haben ja letztes Jahr auch schon gezeigt, dass wir oben mitspielen können. Sind auch denkbar knapp in der Relegation gescheitert. Und ja, im Endeffekt glaube ich, kann man Werden schon genauso stark auch wieder einschätzen wie letztes Jahr. Wir haben ein paar gute Leute dazugekommen und haben eine sehr erfahrene Truppe und auch viele Spieler, die halt auch schon höher gekriegt haben. Von daher war es mit Werden über die Saison gesehen, auf jeden Fall zu rechnen. Nach den letzten Siegen ist die Stimmung jetzt sehr gut bei uns in der Truppe. Was erwartest du denn am Sonntag von der Mannschaft? Ja, im Endeffekt, dass wir daran anknüpfen. Also ich meine, jetzt gegen Leite war es kein fußballerischer Leckerbissen. Die äußeren Umstände waren halt auch nicht so schön zum Fußballspielen. Die Mannschaft hat sich da trotzdem reingebissen und hat eine kämpferische gute Leistung auch gebracht. Ja, letzten Endes müssen wir daran anknüpfen und auch gegen Werden etwas mitzunehmen. Kommen wir jetzt zu guter Letzt noch mal zur Personalsituation. Gibt es jetzt Spieler, die aus der Kuvi und Zanevi ausfallen werden für Sonntag? Ja, Buschi hat heute eigentlich wieder voll mittrainiert. Er ist zuletzt ausgefallen wegen Leistenproblemen. Auch der Dietwitfler hat wieder voll mittrainiert, der zuletzt muskuläre Probleme in der Bade hatte, deshalb nicht gespielt hat. Ansonsten sind auch eigentlich alle an Bord. Also bis auf die beiden können wir aus dem Vollship. Alles klar, dann bedanke ich mich auch bei dir. Und ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche.